Es gibt einen neuen Leak zu Assassin's Creed Ragnarok, zumindest einen vermeintlichen. Wir gehen ihn jetzt in diesem Video einmal gemeinsam durch. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. An erster Stelle lade ich euch noch ein, wirklich mal hier ein Abo auf dem Kanal dazulassen. Ich habe mittlerweile weit über 600 Videos zu Assassin's Creed Odyssey und anderen Assassin's Creed Titeln hochgeladen. Deshalb, wenn ihr Fan der Serie seid, dann drückt jetzt auf den Abo-Button. Ich weiß, die meisten von euch haben das noch nicht getan, deswegen holt das unbedingt mal nach. Dann hat auch das lästige Fragnath in die Suchleiste eingeben, endlich ein Ende für euch. Außerdem solltet ihr unbedingt nochmal auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, twitch.tv slash Fragnath. Würde mich auf jeden Fall freuen. Im gestrigen Livestream sind wir das Ganze schon mal gemeinsam durchgegangen. Wir haben uns gemeinsam angesehen, was es hier gab an geleaktem Material. Das waren sieben Bilder und auch noch ein paar Infos. Die sind wir Stück für Stück durchgegangen und danach hatten wir dann eben eine Schlussfolgerung. Das Ganze möchte ich euch jetzt hier nochmal in abgekürzter Form bereitstellen, damit ihr nicht den ganzen Livestream nachschauen müsst. Denn es ist meiner Meinung nach ziemlich interessant und bietet einiges an Potenzial, sofern dieser Leak denn echt ist. Dafür sind wir hier einmal auf Gamefront.de. Die haben eine Übersetzung des Leaks. Das Ganze war nämlich im Forchan-Forum. Und da fängt es auch schon an mit Punkto Glaubwürdigkeit des Leaks. Das Ganze ist auf Forchan hochgeladen. Das kann jeder hochladen. Das kannst du machen. Das kann ich machen. Das kann Ubisoft machen. Jeder Mensch kann da irgendwas hochladen und einen Leak drunter schreiben. Das Ganze gewinnt natürlich an Glaubwürdigkeit oder verliert an Glaubwürdigkeit eben mit den zusätzlichen Infos, mit den schon bestätigten Infos und mit den Bildern. Nun, in diesem Post stand eben, dass es angeblich Assassin's Creed Ragnarok oder Ragnarök sei. Wir wissen ja bereits, dass Jason Schreier geleakt hat, dass Assassin's Creed Kingdom auf jeden Fall der Arbeitstitel des nächsten Assassin's Creed ist. Und das ist ein Wikinger Assassin's Creed. Wenn Jason Schreier das sagt, dann stimmt das zu 95%. Also das stimmt schon mal ziemlich sicher. Kann man von ausgehen. Aber das, was in diesem Leak steht, das ist hier natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. 2020 soll das für alle Next-Gen-Konsolen rauskommen. Das stimmt auch und ist auch logisch. Und aus Ubisoft-Sicht einfach nur ein guter Schachzug. Jetzt geht es aber schon ans Inhaltliche. Und zwar soll unser Hauptcharakter ein Verbündeter von Ragnar Lodbrok sein und beim Aufbau der Great Heaven Army, also der großen Himmelsarmee, helfen. Keine Ahnung, ob ihr Vikings gesehen habt, aber warum muss man denn jetzt direkt Ragnar Lodbrok nehmen? In einem Fall könnte ich mir das vorstellen, und zwar als Kooperation slash Zusammenarbeit von Ubisoft und eben den Publishern der Serie. Halte ich für eher unwahrscheinlich. Keine Ahnung, ob das so sein kann. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Für mich ein Detail, was ich eher nicht erwarte. Die Karte sei wohl in mehrere Königreiche unterteilt. Unter anderem ganz Großbritannien, mega groß, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland. Und das war so das Erste, wo ich gedacht habe, what? Das kann doch gar nicht sein. Viel zu viel. Das ist eine viel zu große Map. Großbritannien, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland. Also ganz Großbritannien plus Skandinavien halte ich für sehr unrealistisch. Gehe ich nicht von aus, dass sie das so bringen. Ich meine, man könnte so einen Teil der entsprechenden Maps nehmen. Ja, wie das zum Beispiel auch bei Origins war. Man hat ja nicht ganz Ägypten besucht, sondern eben nur ein Teil von Ägypten. Aber dass man dort so viel sehen kann, das bezweifle ich. Fände ich geil, aber ich bezweifle es einfach mal stark. Weiterhin heißt es dann hier in diesem League, die Königreiche sind wiederum in Regionen unterteilt, in denen sich die Siedlungen befinden können. Das, kann man so sagen, war in gefühlt jedem Assassin's Creed Teil so. Da könnte man halt auch was anderes zu sagen. Ich nenne das immer, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Einfach ein dummer Spruch, der immer passt. Ja, natürlich ist es in Regionen unterteilt. Und natürlich sind da auch wieder kleine Dörfchen, kleine Siedlungen. Das war schon immer so und wird auch so bleiben. Der nächste Punkt ist dann, in den Siedlungen gibt es einige Anpassungsmöglichkeiten und In-Game-Wirtschaftssysteme. Auch das ist wieder, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Anpassungsmöglichkeiten? Ja, selbstverständlich. Ubisoft hat verkündet, RPG. Das Ganze wird ein Rollenspiel und nichts anderes. Odyssey und Origins waren erst der Anfang vom Weg zum RPG. Und deswegen, klar, wird es Anpassungsmöglichkeiten hier geben. Das ist logisch. Und In-Game-Wirtschaftssysteme, das sind nichts anderes als irgendwelche Händler. Vielleicht ein Auktionshaus, was ich für unwahrscheinlich halte. Das soll in den Siedlungen sein. Selbstverständlich. Auch die Aussage, könnte man sich sparen, ist meiner Meinung nach keine qualifizierte Aussage. An nächster Stelle heißt es, groß angelegte Eroberung schlachten Kern zurück und können eingesetzt werden, um die feindliche Kontrolle über Regionen und Teile der Geschichte zu schwächen. Ich persönlich frage mich natürlich, wie soll man denn Teile der Geschichte schwächen? Das geht überhaupt nicht. Die Geschichte ist gesetzt. Und auch in Odyssey und Origins war es so, dass im Endeffekt der Ausgang schon feststand, der Story. Ja, ein paar Feinheiten konnte man beeinflussen in Odyssey, aber das war trotzdem fix. Die zweite Sache, die hier steht, die Kontrolle über Regionen zu schwächen, ja selbstverständlich. Das sind quasi die Conquest Battles. Ich meine, ich fände es geiler, ein groß angelegter Eroberungsschlacht, das klingt doch mal nach was Fettem. Nicht so ein kleines Conquest Battle, das klingt für mich nach jeder Menge Spaß, Vorbereitung, eventuell einer Belagerungsschlacht, eventuell einem gigantischen Seekampf, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Vielleicht kommt es in der Form, stelle ich mir aber relativ schwer in der Umsetzung vor, wenn es nicht Teil der Main Story ist. Also mal gucken, ist auch nicht so die beste Aussage. Der Spieler wird zum Assassinen und benutzt eine versteckte Klinge. Halte ich für wahrscheinlich. Also wenn es im Wikinger-Zeitalter spielt, dann etwa so 800 bis, ich würde mal sagen, 1100 nach Christus. Da war der Orden der Assassinen schon lange gegründet. Es kann also sein, dass wir ein Assassine sind. Es ist also wahrscheinlich, dass wir auch wieder eine versteckte Klinge nutzen werden. Halte ich grundsätzlich auf jeden Fall für eine ganz gute Wendung. Und im nächsten Satz heißt es dann, die Sage der ersten Zivilisation sei nicht so stark vertreten wie in Odyssey. Betonung auf nicht so stark. Das heißt nicht nicht, aber weniger als in Odyssey. In Odyssey war auf jeden Fall der Fokus auf erste Zivilisation. Aber ich meine, allein dadurch, dass wir jetzt zum Assassinen werden, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr an die Standard-Abstergo-Story, beziehungsweise die standardmäßigen AC-Stories dann angelehnt. Zumindest nach diesem Leak. Fände ich eine coole Veränderung, muss ich sagen. Einfach mal wieder ein neuer Impuls oder ein alter Impuls. Neu. Ihr wisst, was ich meine. Man findet eine Gruft und auch den Kriegshammer Mjölnir des Gottes Thor. Fände ich auf jeden Fall eine coole Sache. Wir wissen ja, dass die Isu-Götter sind. Also werden wir auf jeden Fall hier einen Isu-Hammer in die Hand kriegen, wenn es so der Fall ist. Fände ich sehr geil. Äquivalent zum Speer des Leonidas. Wäre auf jeden Fall eine runde Sache. An der Stelle finde ich aber, läuft das dann wieder konträr zu den Screenshots, die wir eben gesehen haben. Denn da trägt der Protagonist ein Schild. Mal gucken, ob man dann irgendwie Thor's Hammer plus Schild kombiniert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sagen sie im nächsten Satz, das Spiel sei hauptsächlich von Ubisoft Montreal entwickelt. Das ist richtig. Das stimmt auf jeden Fall. Muss hier auch so fortgeführt werden. Creative Director sei Ashraf Ismail. Auch das ist korrekt, meiner Meinung nach. Und Mac Davids sei der Narrative Director. Da muss ich sagen, bin ich nicht so 100% im Bilde. Aber ja, das sind richtige Infos, die einfach nur wiedergegeben wurden und kein Leak sind. Ubisoft Sophia helfe bei den Arbeiten mit, plane aber ein DLC zu entwickeln. Auch das halte ich für eine wahrscheinliche Wendung. Beziehungsweise es war schon öfters mal so, Sophia hat schon öfters mitgeholfen bei irgendwelchen Sachen. Und DLCs entwickeln können die ganz gut. Also auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das DLC sei wohl in Island und man würde mittels Yggdrasil, das ist eben diese Esche, die als Weltenbaum gilt, durch neun Reiche reisen. Neun Reiche, auch das klingt wieder viel zu viel. Es klingt eher wie eine Fanfiction oder ein Wunsch, aber nicht wie ein Leak, finde ich. Es wäre geil, aber hey, ich halte es nicht für wahrscheinlich. Der nächste Satz wäre für mich der ultimative Knaller. Koop ist wieder mit dabei und kann für die meisten Nebenquests und Welterkundungen verwendet werden. Wäre für mich also so ein Koop, wie wir ihn aus Far Cry 5 kennen, aus Far Cry New Dawn kennen. So ein Koop-Modus und das würde ich extrem feiern. Ein Koop, bei dem der Host eben Progress macht und der Mitspieler nicht. Aber ich bin ein gigantischer Fan von Koop, also halte ich das für eine sehr geniale Idee. Falls das kommt, wäre das cool. Ich halte es aber für super unwahrscheinlich. Es wäre total unbalanced, wenn da zwei Leute mit einer versteckten Klinge irgendwie rumlaufen. Man müsste das auf Koop balancen. Ich meine, Far Cry gut, es war halt so total Arcade-lastig, aber Assassin's Creed ist nie so Arcade-lastig gewesen, dass man einen Koop einfach da reinknallen könnte und es irgendwie noch funktioniert. Also halte ich auch für unwahrscheinlich leider. RPG-Mechaniken, gern zurück, wussten wir schon. Das war schon klar, schon lange von Ubisoft bestätigt. Adler kehrt zurück, könnte sein. In einem anderen Leak hieß es, ein Bär wäre da. Dieser Leak war aber auch sehr, sehr unvertrauenswürdig. Adler halte ich für wahrscheinlicher und Schiffskampf kehrt zurück, halte ich für eine sehr gute Sache. Auch wahrscheinlich, weil in Odyssey hatten wir das, in Origins haben sie es leicht angeteasert und jetzt wird es einfach weiter fortgeführt. Und Wikinger ohne Schiffe, kann sich das jemand von euch vorstellen? Wahrscheinlich nicht. Der Schiffkampf sei aber abgeschwächt, um sich mehr auf die Erkundung zu konzentrieren. Wäre für mich persönlich eine interessante Sache. Ich habe gestern im Livestream einfach mal rumgefragt. Mögt ihr überhaupt den Schiffskampf in Odyssey? Und locker 90% der Leute haben gesagt, das ist nervig, da habe ich keine Lust drauf. Für mich war das auch immer eher so ein Minispiel in Odyssey und deswegen nichts, was ich gebraucht habe oder hätte gewollt. Es war halt da und es war okay, mal eine kleine Abwechslung zu haben, aber mehr auch nicht. Und ein schwacher Schiffskampf im nächsten Spiel fände ich gut, halte ich auch für relativ wahrscheinlich, weil die Leute halt nicht so darauf steil gehen wie damals bei Black Flag. So und der nächste Punkt, der hat mich wirklich gekillt. Das Spiel legt seinen Schwerpunkt mehr auf die Erforschung. Das Entfernen von Fragezeichen auf der Karte. Entfernen von Fragezeichen. Niemand entfernt die. Die werden abgearbeitet. Erforschung ist natürlich selbstverständlich richtig, das haben wir immer in Assassin's Creed. Das Erkunden von Orten, an denen man bessere Beute finden kann, auch das haben wir immer in Assassin's Creed. Und jetzt kommt es, wie zum Beispiel Zelda Breath of the Wild. Warum zur Hölle sollte jemand einen Vergleich ziehen in einem Assassin's Creed Spiel, wofür es andere Assassin's Creed Spiele als Vergleich gibt, aber nimmt Zelda Breath of the Wild. Niemand würde sowas tun, meine ich zumindest. Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Halte ich für super fragwürdig und das hier ist für mich auch schon mal wieder so ein Killer. Würde ich niemals da reinschreiben, wenn ich Infos über dieses Spiel hätte. Ich würde es doch nicht mit Zelda vergleichen, sondern eben mit Odyssey zum Beispiel, bei dem das eben so war. Wir haben zum Beispiel mal eben eine kleine Insel erkundet und dann Dreizack bekommen. Warum muss ich da Zelda ranziehen? Naja, wie auch immer. Das nächste, was dann gesagt wird, ein größerer Schwerpunkt, wäre dann Bauen und Rüstungsnutzung. Jetzt die Frage, ist es Bau von Rüstungen, also das Schmieden, das würde Schmieden heißen, oder die Rüstungsnutzung. Wenn es der Bau wäre, wäre das genial. Wir könnten uns unser eigenes Wikingerdorf aufbauen. Wie Hammer wäre das denn mal? Halte ich für Mittel wahrscheinlich. So ein Housing könnte ich mir grundsätzlich vorstellen, dass wirklich Kreative bauen eher dann nicht. Und Rüstungsnutzung ja selbstverständlich. Das ist das, was mit Odyssey total eingeführt wurde. Und das wird nochmal weitergeführt. Das wird nochmal extremer. Aber entweder diese Person konnte nicht richtig Englisch und kannte das Wort für Schmieden nicht. Oder sie meinte wirklich Bauen. Nichtsdestotrotz haben hier einfach ein paar Infos gefehlt an der Stelle, um es irgendwie als wertvolle Info herauszustellen. Der Spieler hätte die Option, seine Outfits spontan zu wechseln. Haben wir jetzt auch schon. Was den Aufbau von Bekanntheit in verschiedenen Königreichen beschleunigen oder verlangsamen kann. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass das eben den Ruf verändert, falls es ein Rufsystem im nächsten AC gibt. Und Sheriffs davon abhält, den Spieler zu verfolgen. Was hier schon mal im Text steht, da sind einige Sachen, ja die stimmen, das sind bestätigte Infos. Ein paar darüber hinaus, die ich mir vorstellen kann. Aber ein paar Sachen killen mich einfach total. Da denke ich mir, wer zur Hölle schreibt sowas? Die Person hat es also wirklich nicht gut durchdacht, falls es ein Fake ist. Jetzt kommen wir zu der Sache, auf die alle gewartet haben. Die Bilder. Das sind die Bilder von dem Leak. Und als ich die ersten gesehen habe, dachte ich, okay, super Fake. Ihr müsst dazu wissen. Das hier soll angeblich aus einer frühen Phase des Spiels sein. Also quasi Assassin's Creed Kingdom ist gerade in der Planung. Und die wursteln einfach mal irgendwas dahin. Und es soll nicht irgendwie die abgeschlossene Grafik sein. Das ist eben hier nochmal die Prämisse, unter der ihr das angucken müsst. Sieht aber katastrophal schlecht aus. Ich behaupte, dass Ubisoft schon in der frühen Phase eines Spiels besser aussehende Spiele hat. Die einfach bessere Texturen haben. Keine Ahnung, ich bin kein Entwickler, aber ich behaupte das einfach mal. Ich habe wirklich gedacht, so, das kann es auf keinen Fall sein. Dann habe ich mir das hier angeguckt. Dachte so, ja, okay. Okay, klettert so ein bisschen Assassinen-Style. Dann habe ich das gesehen. Okay, sitzt auf einem Seil wie ein Assassine. Was macht Peach da unten? Naja, egal. Auf jeden Fall sitzt er wenigstens schon mal wie ein Assassine auf diesem Seil. Die Waffen und alles. Das sieht halt komplett anders aus. Und meine Behauptung ist, wenn das nächste Assassin's Creed kommt, dann benutzt Ubisoft wieder ihre Standard-Engine. Und ihre Standard-Engine sieht besser aus von Anfang an. Da würde ich auf jeden Fall drauf setzen. Bedeutet also, das hier würde niemals so kacke aussehen. Hier dann noch ein weiterer Screenshot mit dem Spartan-Warrior-Helm. Das ist übrigens ganz cool, dass es jetzt kommt. Wer noch nicht mal ein Merch abgecheckt hat, den Spartan-Warrior-Merch findet ihr auf fragnat.shop. Damit seht ihr aus wie ein echter spartanischer Krieger. Und das wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wenn ihr da mal reinschaut. Vielleicht treffen wir uns ja so auf der Gamescom. Ich erkenne euch daran. Oder dies, das. Daneben steht auf jeden Fall Alloy. Keine Ahnung, was Alloy da macht. Und jetzt kam halt die Sache. Als Quelle wurde hier Ubisoft und 4chan angegeben. Ist natürlich falsch. Die Quelle ist nicht Ubisoft. Da ist nur 4chan die Quelle. Das ist nicht mal 4chan die Quelle. Denn 4chan ist quasi nur die Sekundärquelle. Aber gut. An der Stelle seid es mal Gamefront verziehen. Die wollten einfach nur schnell darüber berichten. Jetzt kommt folgendes. Gestern im Stream schreibt mir jemand, schau dir mal Valnia Rock an. Ja, man sieht sich das hier einmal an. Und dann das. Ich behaupte billig mit einem Handy abfotografiert. Ist das locker dieses Spiel. Ihr nehmt euer Handy, verwackelt das mal so richtig schön. Und dann sieht es locker so aus wie das hier. 100 Pro ist das dieses Spiel. Vielleicht noch ein anderes, was ähnlich aussieht. Aber das passt ja mal so gut da drauf. Also meine Vermutung ist, dass es dieses Spiel, auch gerade dieser Screenshot hier, sieht einfach so aus. Und im Übrigen finde ich, das Spiel sieht so in gut auflösender, hoch auflösender Grafik gar nicht mal so schlecht aus wie hier. Vielleicht haben sie da einfach dann Kartoffelauflösung nochmal gemacht. Zusätzlich mit dem Handy abgefilmt und gesagt wird, das ist jetzt Assassin's Creed Kingdom. Irgendjemand wird sich jetzt ins Fäustchen lachen und sagen, ja moin, habe ich euch alle verarscht. Auf jeden Fall eine witzige Idee, uns das so zu servieren. Ich persönlich halte es für hyper unwahrscheinlich, dass das hier jemals ein Assassin's Creed sein könnte. Wenn doch, dann Hut ab Ubisoft, dass ihr aus so einem Teil noch was Besseres machen könnt. Sehr gute Arbeit dann auf jeden Fall. Das war es soweit zu Assassin's Creed Kingdom, beziehungsweise Assassin's Creed Ragnarök. Wie gesagt, abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr weiterhin zu Assassin's Creed up to date sein wollt. Bald kommt auch noch Rage 2 Content und auch Days Gone. Ende des Jahres ist dann noch richtig viel mehr auf der Tagesordnung. Schaut gerne mal auf twitch.tv.fragnarök vorbei und dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragnarök. Wir sehen uns im nächsten Mal.